moin mario hier willkommen auf meinem kanal und schön dass sie wieder eingeschaltet habt die super snake von agora models ist dran und zwar mit die beiden mit oder die beiden das hört sich schon wieder an doch meine fresse kaufte mal eine tüte deutsch mich hat es auch gehilft mit den letzten beiden bauphasen 72 und 73 die 72 habe ich schon ausgepackt die 73 ist hier noch in der tüt die lasse ich mit absicht da noch drinnen nicht dass wir was durcheinander bringen oder ich vielmehr manchmal ja man wird ja auch ein bisschen älter und tüglicher und dann kann das schon mal passieren ich zeige euch die teile und was wir so zusammenbauen und so wie ich gesehen habe wird schon es wird interessant für mich zumindest mal gucken ob ich das alles so schön hinkriegt las uns losbasteln und ein paar schrauben die habe ich schon ausgepackt mp06 sind mit dabei das heißt der schrubenträger kriegt wieder arbeit also legen wir los nachdem wir in der letzten ausgabe den rechten motorblock bekommen haben bekommen wir in dieser ausgabe den linken motorblock dann bekommen wir ein rohrhalter wieder wir bekommen dieses mal die abgasrohre ab die krümmerrohre für die linke seite also die linken krümmerrohre von l1 bis l4 dann bekommen wir das getriebe oberteil ist dieses hier und die kühler halterung was dürfen wir machen und zwar legen wir los sowie auch in der letzten bauphase hier haben wir dann die zahlen drauf l1 bis l4 so fangen wir mal mit l1 an auch hier haben wir wieder die stifte in einer bestimmten form dass sie nur in eine richtung reingesteckt werden können l1 haben wir das ist l2 so l3 kommt da rein ein bisschen schwerer und l4 so vergleichen wir mal irgendwie sieht das hier besser aus wie hier könnte sein dass ich hier irgendwas falsch gemacht aber das sehen wir später ich glaube dass ich damals falsch gemacht habe so als nächstes werden wir den die motor komponenten zusammensetzen und zwar nehmen wir die rechte seite die stirnseite vom motor jetzt muss ich erstmal schauen so rum so rum das wird dann hier zusammen gesteckt rauf geschoben gleichzeitig schieben wir auf der anderen seite das getriebe oberteil ich muss nur gucken dass ich das auch ja richtig rum macht hier mit rein und das ist hier etwas wackeliger jetzt nicht mehr wenn man das richtig getroffen hat das ist nicht mehr so wackelig und dann nehmen wir die andere motor seite die linke seite und stecken das quasi alles zusammen müssen wir natürlich jetzt alle stellen übereinander treffen so wenn das hier noch nicht ganz zusammen geht ich denke mal wir werden gleich irgendwo schrauben verschraubt jawohl in der sechsten bauphase kriegen wir dann vier mal typ md 06 wir wollen mal den schlankeren schrumm träger neben vier mal und wir werden das ganze auf dieser seite dann auch 1234 mal verschrauben fangen wir mal mit dem hier an damit wir den hier den spalt mal wissen besser zusammen bekommen passt ja vielleicht doch mit dem kriege ich ein bisschen mehr kraft aufgewendet zwei schrauben noch zwei schrauben noch oder jetzt weiß ich nicht geht das würde das noch ein stückchen weiter zusammen gehen oder nicht ich würde sagen nein so jetzt brauchen wir die krümmerrohre und zwar hier haben wir die linken die linke seite das sind doch die linken die habe ich doch gerade erst zusammengebaut genau und dann sieht das ganze so aus die werden hier oben alle rein gesteckt in die größeren rohre das sind solche nupsis die dann ja beim durchstecken zusammengehen und dann auseinander gehen hier und den werde ich jetzt noch mal auseinander nehmen nochmal zusammen neu zusammenstecken und dann melde ich mich wieder weil das hier habe ich definitiv habe ich da was falsch gemacht genau ich habe rohr drei und vier verwechselt und wir sind ganz sieht gleich ganz anders aus oder so auch hier wird dann die krümmerrohre auch so rein gesteckt ja ja sieht schon nach was aus so dürfen wir noch was machen jawohl und zwar werden wir die kühle halterung nehmen und mit dem kühler verbinden wir haben hier die kühle halterung die halten wir so den kühler nehmen wir so wir haben ja hier unten zwei stifte hier sind zwei löcher das heißt das wird dann hier einfach so zusammen gesteckt genau die gucken jetzt beide hier durch so haben wir das auch fertig ja siehst du wohl genau das ist dann das ergebnis dieser bauphase und ja jetzt gucken wir uns mal die teile an ich hole die erstmal raus und dann stelle ich euch die teile vor und dann gucken wir mal was wir daran basteln dürfen so dann gucken wir uns mal die teile an und zwar bekommen wir ein verbindungskabel dann den motorboden die motorboden platte wir bekommen eine druck sonde dann ein einfüllstutzen dann einfüllrohr kappe wir bekommen den ölkühler grill den ölkühler frucht die ölkühler front und den ölkühler so dann natürlich einmal in die pdf anleitung geschaut was wir tun und zwar werden wir den zylinder kopf den zylinder kopf auf den motorblock setzen kennt ihr ihm noch hier das glänzende so das ganze wird dann so rum gestellt jetzt werde ich mir das noch mal ein bisschen größer so um dass ich das besser sehen kann und zwar haben wir hier zwei löcher drin hier haben wir zwei zapfen dran ist dann selbst erklärend dass das ganze dann so hier reinkommt zack zack was ein apparat ey sieht das schön aus was ein apparat so steht hier was zwei typ 2 md 0 6 schrauben aber ja noch nicht es muss erst der motorboden genau jetzt wird der motorboden angesetzt und zwar wie rum oh ich sehe gerade was ach hei hei jemini ich muss eine Umbaupause machen weil der ist falsch rum die getriebefront ist falsch rum auch mayo das war verkehrt warum weil hier die beiden löcher sollen ja hier dann nachher rauf und das geht ja jetzt nicht also einmal Umbaupause ich melde mich gleich wieder so ist das mit die Marios aber ihr seht das getriebefrontteil es ist jetzt richtig rum und nun können wir dann auch den motorboden hier rauf setzen da wo er hin soll knack knack und jetzt jetzt brauche er nur noch sagen mit was für ne schrauben ich meine es ist ja auch ja war ja klar md 06 davon ja wir haben ja nur md 06 dafür zur verfügung dann haben wir hier auch schon den motorblock quasi ja fertig weiß ich jetzt nicht aber schon mal groß teil ne so gut hier die krümmer wackeln noch ein bisschen aber das wird irgendwann auch vorbei sein gut jetzt das einmal beiseite wir brauchen wir brauchen erstmal das den wie hieß er noch den einfüllstutzen in die einfüllrohrkappe drücken so das ist erstmal keine häxerei einfach nur so zusammendrücken und ah die motorblock wieder hierher und das ganze wird hier reingesteckt reingesteckt halbes rohr mit knick zack da haben wir es was glänzendes zum glänzenden dann brauchen wir diese sonde und zwar diese drucksonde die wird hier ist nämlich noch ein loch die wird da reingesteckt die drucksonde hier ist auch selbsterklärend wie rum die reinkommt ich habe das extra für Mario gemacht damit er das nicht falsch anbauen kann so das hätten wir und jetzt haben wir dann das verbindungskabel da müssen wir jetzt genau gucken wie das angebaut wird und zwar wird das ganze kann ich das nochmal größer sehen einmal hier unten am getriebe äh oberteil eingesteckt und hier vorne ist ein nupsi ach hier ist der dann auch mit ja automatisch hingegangen da habe ich gar nicht drauf aufgepasst diesen kleinen hier das ist auch selbsterklärend gut der ist jetzt hier nicht drinnen geblieben bleibt da mal drinnen und auf diesen kleinen nupsi kommt das verbindungskabel dann noch rauf genau so zack da rauf gekommen so sieht das ganze dann aus das verbindungskabel jetzt wollen wir uns jetzt wollen wir uns den ölkühler vornehmen wir haben nämlich noch super mini schrauben mp07 ja sie gehen hier rauf gut das ist jetzt wichtig wir nehmen den ölkühler nehmen nach dem ölkühler nicht das ölkühlt den ölkühler grill sondern die ölkühler front die wird jetzt hier nämlich nur rauf zusammen gesteckt da muss man das dann richtig nur richtig treffen die löcher einen habe ich den zweiten auch jawohl und von der anderen seite wird jetzt die ölkühler nicht die front Mensch Mario hast du jetzt schon wieder vergessen den ölkühler grill der wird jetzt hier rauf gelegt und mit diesen ganz kleinen schrauben wird das ganze angeschraubt so am besten nicht atmen ein haben wir schon ein haben wir schon oh sehe ich das richtig ne doch nicht eine schraube doch noch mehr also ich habe erst gedacht das eine zu wenig weil das wäre fatal gewesen wenn da nämlich eine weghüpft oder wenn man eine aus versehen einatmet sehr schön sehr schöner ölkühler wie sieht das auto hat noch einen ölkühler haben alle anderen autos auch einen ölkühler ich weiß es nicht ich bin ja kein kfzler so so das haben wir und hier den brauchen wir wieder und zwar wird der jetzt hier hier sind zwei löcher zwei stifte dran da wird der dann jetzt rein gesetzt hätte man das bauteil eigentlich sich sparen können hätte man ja eh nicht gesehen können wir leider nicht sehen dieses bauteil aber wir wissen ja dass es da ist zack drinnen reingeflutscht stage 73 complete das ganze ja bis 73 komplett das heißt mehr haben wir nicht das heißt nicht mehr haben wir nicht ist falsch gesagt das war dann quasi pack 9 also wir haben den motor komplettiert sieht doch aber er sieht doch spitze aus und den kühler ne der ölkühler ist hier auch mit da ne ja Mensch wunderbar wieder ordentlich paar teile geschafft und wie gesagt das pack 9 ist fertig wir könnten ja mal dafür müsste ich mir einmal die bauanleitung aufmachen und könnten ja mal reinschauen was uns in bauphase 74 zum beispiel erwartet ja auch motoren teile ja das muss ich mir erst noch übersetzen das kann ich kriege jetzt so schnell nicht hin auf jeden fall bauen wir am motor weiter und ja seid gespannt seid neugierig wie es weitergeht also ja das ist dann sozusagen pack 9 erledigt fehlen nur noch pack 10 pack 11 pack 12 bis pack 11 habe ich schon hier habt ihr ja schon gesehen mal gucken also so ich habe jedenfalls reges interesse da dran jetzt mit pack 10 weiter zu machen ich hoffe ihr auch wie gesagt bleibt neugierig schaut wieder rein bleibt vor allen dingen gesund passt auf euch auf und mir bleibt nur noch zu sagen tschüss macht's gut ahoi und kick mal wieder in